Das ist die treue Mausi. Sie wurde zusammen mit ihrer Schwester im Alter von sechs Wochen auf einer Müllkippe in der Ukraine entsorgt. Sie musste für sich selber sorgen und hat sich durch ihr erst kurzes Leben gekämpft. Der kleine Schatz wurde von Tierschützern entdeckt und aufgepettelt. Auf ihrer Pflegestelle hat sich Mausi sofort in den Sohn ihrer Pflegemama verliebt und wich ihm die ersten Stunden nicht von der Seite. Sie liebt es, durch den Garten zu toben und mit ihren Artgenossen zu spielen. Auch die Katzen auf der Pflegestelle sind für Mausi kein Problem. Sie kann schon prima das Hunde-Einmaleins. Mausi geht schon wunderbar an der Leine und sie hört eigentlich aufs Wort, hat also richtig Potenzial. Die hübsche Hündin ist kinderlieb, menschenbezogen und wird für ihre Familie vermutlich durchs Feuer gehen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie der Mensch für Mausi sind, dann kontaktieren Sie gerne Mausis Vermittlerin und besuchen Sie Mausi in München-Gladbach. Die Kontaktdaten hierzu finden Sie in der Anzeige. 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 Bis zum nächsten Mal.